Es ist schon wieder soweit, Folge 37 ist am Start. Ich habe einen Scheißtag, weil mein Internet immer noch nicht da ist. Und Matze hat einen Scheißtag, weil dem jetzt kurz nach dem Krümmer der Auspuff abreißt. So ein Zweitakt, der kann ganz schön laut sein, wa? Ich habe schnell die Karre abgestellt und investigiert, weil das ist direkt beim Polizeipräsidium passiert. Und wir wissen ja, laute Autos ziehen die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Matze hat mir auch noch ein Foto mitgeschickt. So sah die Stelle aus, wo das Ding abgeschert ist. Aber naja, was machst du? Du fährst halt mit dem Ding nach Hause, ne? Ist halt laut, alle gucken sich zu dir um, aber es nützt halt auch nichts. Und ein bisschen Adrenalin, wenn dann plötzlich ein Polizeiwagen vor dir auftaucht, ist auch dabei. Aber zum Glück konnte er hier rechts abbiegen und sich verkrümeln. Tja, wenn wir jetzt vorspulen, sehen wir mal wieder, was hat es ihm gebracht, Bruno so zu schneiden. TT ist hier in seiner Stammwaschanlage, die wirklich einen guten Job macht, unterwegs. Tja, das eine Mal von tausend Malen, da geht irgendwas schief. Wir achten auf den Heckscheibenwischer. NANI? TT hat denen dann direkt Bescheid gegeben und nach kurzem nachvollziehbaren Misstrauen hat die Waschanlage dann eingesehen, dass sie tatsächlich schuld an dem Schaden ist. Da Golf 2 Heckscheibenwischer Arme mangels Nachfrage nicht wirklich an jeder Ecke zu finden sind, war das Angebot dann, dass er die Ersatzteile besorgt und sie die dann ranbauen oder er macht selbst. Sie haben auf jeden Fall den Schaden großzügig mit Gutscheinen beglichen. Eine Ehrenwaschanlage. Ja, ich würde sagen, der Rollerfahrer findet Nyatas gut. Ja, ich würde sagen, der Rollerfahrer ist. Nils fährt schon seit geraumer Zeit mit seinem Daimler in eine Autoschlange hinter diesem Traktor da vorne her. Gut, es sind eh nur 50 erlaubt, also bisher keinen Zwang zum Überholen. Da vorne wird es aber zweispurig und unbegrenzt, also Richtgeschwindigkeit 130. Alle fangen zu überholen an. Auch der vor ihm. Ich finde es schön, wie die Musik in dem Augenblick wieder ein bisschen entspannter wird, weil sein Dateiname, wer überholen will, muss auch fahren, passt ja einfach wie Arsch auf Eimer. Ja, Digga, Alter, ich kriege Zustände, wenn ich dem einfach nur zuschaue. Mann. Tja, und so schnell es zweispurig war, so schnell ist die Zweispurigkeit auch wieder vorbei. Und da sein Daimler nicht genug Dampf hat, um da noch dreistrad vorbeizufahren, ordnet er sich dann doch hinter ihm wieder ein. Das macht so eine Blinke aus, also. Noch ein Beweis, warum Überholen auf Teufel kommt raus nicht immer sinnvoll ist. Das war jetzt relativ knapp, aber Quintessenz der Geschichte ist, zehn Minuten später steht der Motorradfahrer an derselben Ampel wie Kadett. Ist ja weit gekommen, der Motorradfahrer. Ich sag's hier auch gerne nochmal offiziell. Wenn ich mir aussuchen könnte, mit wem ich mir die Straße teilen würde, dann würde ich immer zu so Leuten wie Chirosto tendieren und nicht zu so Leuten wie da vorne in dem schwarzen Opel. Ich kann euch nämlich auch genau sagen, warum. Weil Chirosto sagt jetzt. Gib Gas, da kommen Wohnmobil. Mit anfänglich ein bisschen mehr als 40 kmh wären sie beide lange weg gewesen. Oh Mann. Wichtig ist mir nämlich die Eigenschaft, ein aufmerksamer Fahrer zu sein. Wenn man eine Spur kreuzt, sollte man gucken, ob auf der Spur was kommt. Und jetzt mal so in dem Opel einen immer neuer. Na, kleine Nebelwand gefällig? Beziehungsweise ich glaube, es ist eine Staubwand, verursacht durch das grelle Arbeitslicht da rechts auf dem Feld. Cool. Let's go. Jaden, the scar you left is like an open wound I'm down and all, don't wake me up, it's still too soon I hear you call, but I'm still falling deep in love I'm washed away, been carried to your sweet embrace I waited now, seduced by a sweet mirage We could leave or we could stay, sedate or stay in a wide awake I can't do this anymore, it's hurting like it never has before Also wie groß muss der Frust von Autofahrern über eine rote Ampelfase sein? Dass man die Baustellenampel in den Käfig sperren muss Oh boy! Ach was, der hat's eilig, dann darf der das, das ist kein Problem Guck mal, wie er da hinten schon weiter drängelt Naja, während der vermutlich richtig hart kacken muss Möchte ich hiermit das Ende eurer Toilettenpause einläuten Denn die Folge ist soweit vorbei Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder anwesend wart Um den Memes und den alten Autos zu lauschen Wir sehen uns das nächste Mal wieder Bis dann, euer Horsi Huh... Ja.